Und dann wollte ich darauf hinweisen, unsere Zeitschrift ist jetzt raus, die Hier und Jetzt. Und die Zeitschrift ist so meine Hauptart mit euch zu kommunizieren. Und bitte euch, dass ihr die Zeitung lest und dass ihr aber auch das Wissen weiter verbreitet. Und dass ihr vielleicht, wenn ihr die Zeitung noch nicht abonniert habt oder lasst euch anregen durch mich und bitte ich euch, die Zeitschrift zu abonnieren. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir damit ein Werkzeug haben, wo ich unabhängig mit euch kommunizieren kann. Selbst hier bei diesen Vorträgen muss ich vorsichtig sein. Ja, aber was wir schriftlich euch weitergeben, da sind wir frei. Und deshalb bitte ich euch, achtet drauf, unsere Werkzeuge, wo wir sehr viel Geld und Mühe reinstecken, dass ihr die mit nutzt. Und es ist wichtig, dass wir unsere Werkzeuge zur Verfügung haben. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020